Wirklich, unser Haus ist so gut isoliert, man merkt es aber gar nicht so stark, ob es jetzt warm oder kalt draußen ist. Das merkst du gar nicht. Das ist schon geil, Alter. Einfach die Frage, ist es warm draußen? Schau mal zu London. Schau mal zu London. Das wird so laut sein, dass es dann so in den Kämpfer geht. Ach nee. Ich muss jetzt erstmal ein Klima fixieren. Das sind 33 Grad. Boah, die haut erstmal heiße Luft raus. Gib ihm. Im Straßenverlauf von 420 noch 4 Kilometer voll. Nun weißt du Bescheid. Ja, das ist gut. Perfekt. So. Lassen wir nochmal die Klimalagebüste sich akklimatisieren. Genau. Dass es sich die Stufen unterstellt. Ach, das ist automatisch. Ja. Oh, das sieht schon ordentlich kalt aus. Alles gut. Man kann reden. Was könnte man reden, dass wir direkt ein Thema haben? Ah, wovon überlegt. Lass uns mal weiter reden über die Aufgaben in einem Unternehmen zu den Personen. Ja, aber ich denke mal, da müsste man erstmal... Ich habe auch drüber nachgedacht, aber man müsste das erstmal introducen. Weil das ganze Gespräch, das vorher stattgefunden hat, haben wir ja nicht in der Kamera. Also, thematisch geht es halt darum, dass wir überlegt haben, so fünf Leute in einem Haushalt und alle haben ja gewisse charakterliche Vorteile, die sie einfach beisteuern können zur Gemeinschaft. Ob man jetzt die WG an sich als Unternehmen betrachtet oder ob man daraus sogar ein Unternehmen aufbauen würde, braucht es ja verschiedene... Ja, es braucht Menschen mit Führungsqualitäten, es braucht Menschen mit Qualitäten, mit Umsetzungsbereich und so weiter. Und wer von uns so welche Qualitäten erfüllen würde. Das habe ich reingefunkt und vergesst nicht. Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, dass wir jetzt noch nicht mit dem Kanal so aufgestellt sind, dass jeder schon so präsent ist. Dass jeder jeden kennt, der außerhalb jetzt ist. Es sind ja immer so Gesichter, die jetzt so aufzaubern. Da müssen wir auf jeden Fall auch daran arbeiten, dass wir da irgendwie so eine Introduction machen. Wir sollten mal so einen Vlog machen, wo wir uns einfach kurz vorstellen. Ja, das haben wir schon. Ula hat es ja schon gemacht, Milena hat es schon gemacht. Eigentlich müssen wir es nur noch hier weitermachen mit Enrico. Scheiße, ich kenne keine eigentlich. Der Eichhorst soll immer im Video rumhopsen. Ja, ich glaube ich mache es jetzt. Okay. Ich bin Elias Eichhorst. Ich bin Autofahrer. Hauptmodel. Hauptberuflich bin ich bei der Deutschen Post. Ich bin dort Verbundzusteller. Also ganz normaler öffentlicher Briefträger mit Paketen. Aber das ist nie das, was ich eigentlich letztendlich angetreten kann. Ich habe schon immer größere Ziele gehabt. Ich wollte schon immer mehr leben. Ich bin aber... 500 Metern rechts abbiegen auf L 169 Schildernachtbaum Holder Niederalm. Danke. Ich habe eine Ausbildung als Closer gemacht. Ich bin aber nie so richtig... Ich habe noch nie so richtig den Weg gefunden. Ich habe viele ausprobiert in meiner Laufzeit. Also ich habe schon Network Marketing mehr oder weniger erfolgreich gemacht. Ich hatte dort einen Firmwagen, passives Einkommen. Ich habe eine Ausbildung als Verkäufer gemacht. Rechts abbiegen auf L 169 Schildernachtbaum Holder Niederalm. Wiederholen es auf der Rest nochmal. Ich habe eine Ausbildung als Closer gemacht. Bei der Closer in der Liga. Boah Digga dieses Navi. Halt die Fresse. Ja jetzt hast du Zeit. Da haben wir uns auch kennengelernt. Ne wiederholen. Du musst die ganze Aussage nochmal tätigen. Sonst muss man das rauskarten und dann ist da so ein Navi Schluss drin. Achso. Ich habe eine Ausbildung als Verkäufer gemacht. Also als Closer. Da haben wir beide uns auch kennengelernt. Und da kam ich schon echt auf einen ziemlich guten Weg. Also ich habe viele Skills gelernt. Unter anderem auch Storytelling, was ich jetzt direkt ein bisschen anwende. Und ja, das bin ich. Ich bin ein deutscher Postzusteller. Und bin noch lange nicht da, wo ich gerne wäre. Aber durch die EG und durch aktives dran arbeiten, denke ich, dass ich mein Ziel erfolgreich zu werden, reich zu werden, bedingungslos frei zu werden, und bald erreiche, beziehungsweise mich auf einen ziemlich guten Weg zu finden. Und ja, zu meinen Hobbys. Ich habe früher ein bisschen Klavier gespielt. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich beschäftige mich stattdessen sehr viel mit Spiritualität. Hauptsächlich meditieren, tatsächlich Samadhi. Wo ich sehr großes Interesse daran finde, spirituell erleuchten zu werden. Das ist ja auch in gewisser Weise eine Form von, wie ich beschreiben kann. Ähnlich wie Gesang, Musizieren, Kunst. Also eine Form der inneren Sache ist. Wie Malen. Zeichnen tut sich nicht. Ich finde es auch ganz gerne. Ich denke, ich bin ich. Oder kann man noch was dazu? Ich denke, für so ein kurzes Intro-Statement reicht es nicht. Das war schon ganz gut. Ich denke, ihr werdet mich je kennenlernen. Ich bin ein relativ geselliger Mensch. Ich mache auch ganz gerne mal ziemlich verrückte, lustige Dinge. Na gut, wenn man eine Kamera dabei hat, wenn er gerade in seiner aktiven Phase ist. Also wenn da irgendwie so ein komischer Vogel rumtanzt, dann bin ich das. Der Typ, der eigentlich die ganze Zeit hinter der Kamera steht, weil bisher niemand den Arsch hoch bekommt, das auch zu machen. Okay, jetzt haben wir jetzt abwechselnd mal Elias Handy hier. Aber der Typ, der meistens mit dem Schirm aus dem Kopf kommt, das bin ich dann. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft auch noch ein bisschen ändern. Ich bin Leonard, ich bin 19 Jahre alt. Und ja, wir haben, also Elias und ich haben uns eben kennengelernt, als wir eine Closing-Ausbildung, also eine Verkaufsausbildung gemacht haben, quasi online. In der Zeit, wo Corona halt war, alles war irgendwie down und man hat halt sich andere Wege gesucht, um sich irgendwie zu beschäftigen und so. Und haben uns dann immer besser verstanden, haben dann erste Projekte gemeinsam gemacht, haben auch an einer Art Start-up mitgearbeitet. Das haben uns da eingebracht, weil wir das nach vorne bringen. Das ist dann aber leider gescheitert, weil sich die Leute, die da an der Führung beteiligt waren, ein paar Luft aufgelöst haben. Und halt einfach, ja, also whatever. Und dann haben wir aber Kontakt gehalten, haben uns dann auch persönlich getroffen, wobei wir es halt immer nur von Zoom kannten und eigentlich ewig weit voneinander entfernt gewohnt haben. Und, ja, dann kam irgendwann Elias mit der Idee an, hey, wie sieht's denn aus? Lass doch mal, also lass uns doch ein Haus mieten und dann mit vielen geilen Leuten zusammenziehen. Und, ja, dann fand ich die Idee auch gut so. Ich muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken, aber hab dann gemerkt, dass diese Idee eigentlich voll geil ist. Hab dann meine Freundin da das auch erzählt, die fand das auch geil, da waren wir schon drei Leute. Und, genau, so hat sich das Ganze dann ergeben. Dass wir das Projekt dann letztendlich realisiert haben. Ja, zu meiner Person. Ich bin aktuell, hab letztes Jahr Abitur gemacht, hab dann jetzt ein Fernstudium begonnen, was ich eben direkt aus der Future Millionaire WGL heraus betreiben kann. Und, ja, ist halt im Bereich Unternehmertum, Management, angesiedelt. Ja, was lässt sich noch sagen? Was studierst du? Hab ich doch gesagt. Ja. Ja. Dann war da bestimmt gerade irgendwas. Mhm. Der Unternehmertum. Stimmt, hast du gesagt. Und, ja. Jetzt kannst du rausschneiden. Ja, da wird sowieso viel gekettet werden. Ja, und nebenbei haben wir eben das Ziel, hier mit YouTube diesen Kanal als Sammelkanal zu nutzen. Für sowohl persönliche Storys von jedem Einzelnen, die einfach seine Entwicklung beschreiben. als auch, also es geht quasi generell um das Thema Erfolg. Also, was ist Erfolg? Wie ihr es jetzt auch schon angesprochen? Sein Ziel ist es, erfolgreich zu werden. Dieses Ziel eint uns irgendwo, in irgendeiner Form alle. Denn, und nicht nur uns, sondern im Grunde ja jeden Menschen. Denn jeder Mensch versucht auf irgendeine Art und Weise erfolgreich zu werden. Wenn man Erfolg folgendermaßen definiert. Und zwar Erfolg ist die Verwirklichung, die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals. Und das bedeutet, du kannst alles als Ziel einsetzen, was du erreichen möchtest. Und der Weg dahin ist zu erreichen, das ist Erfolg. Und unser Kanal ist im Grunde ein Erfolgskanal, da wir genau diesen Weg beschreiben wollen. Du fängst irgendwo an und du erreichst ein Ziel. Und der Weg dahin, der wird in Zukunft hoffentlich noch mehr als jetzt. Weil sich da natürlich auch gewisse Routinen und Abläufe bilden müssen, gewisse Gewohnheiten. Dass wir das damit erreichen. Dass wir diesen Weg dokumentieren zum Erfolg oder zur Verwirklichung von Erfolg. Und genau, also wo jeder seine eigenen Entwicklungsschritte so dokumentieren kann. Wo wir die Entwicklung als Gemeinschaft, als WG an sich. Als auch jetzt sowohl innerlich als auch äußerlich mit der Einrichtung und so weiter dokumentieren. Und immer weiter verbessern. Und eben auch gemeinsame Projekte dann realisieren, die wir über diesen Kanal dann auch vorstellen können. Und das nach außen tragen. Und vielleicht sich dann irgendwann auch der eine oder andere eben dafür interessiert, wenn gewisse Reichweite dann da ist. Das ist quasi auch so ein bisschen zweitrangig. Diese Reichweite auch so ein Ziel. Das ist also, denke ich, also für mich ist das auch schon ein bisschen Ziel. Wenn dich dann irgendwann mit 80 jemand fragt, hey Opa, wie bist du eigentlich reich geworden? Hier, geh mal auf YouTube. Gib mal Punkt, Punkt, Punkt ein. Also unser Future Millionaire Gigacount. Und dass man sich das dann theoretisch von vorne bis Ende reinziehen kann. Und jedes Learning, jeden Step, den wir gegangen sind auf dieser Stufen, also die einzelnen Stufen auf der Treppe oder die Leiter, die wir gegangen sind, nachverfolgen kann. Und auch Rückschläge, weil wir wollen darüber reden. Was zum Beispiel auch nicht geklappt hat. Warum es nicht geklappt hat. Dass wir da halt wirklich wie so eine Art normalen Weg beschreiben, wo man sich das nachvollziehen kann. Nicht jetzt jemand Reiches sieht, ja der ist halt reich. Sondern wirklich, dass man nachvollziehen kann, wie sind die jungen Männer da reich geworden sind. Und dass Reichtum eigentlich nur die Begleiterscheinung von Erfolg ist. Also viele sehen unter Reichen jemanden, der viel Geld hat. Das ist auch so. Aber das Geld kommt irgendwo her. Das ist nicht einfach nur reich sein. Außer du bist reich geworden, weil deine Eltern sind ein bisschen armes Schwein mit Geld. Und wir wollen halt keine armen Schweine sein, sondern wohlhabend. Reich, erfolgreich. Nicht arm und mut sein. Deswegen haben wir den Mut gepackt, das jetzt zu machen. Wir wollen euch auf dem Weg da mit begleiten. Keine Bonspiele. Ja genau. Diese Geld ist im Grunde eben nur die Begleiterscheinung und quasi die Skala, um zu messen, wie sehr ein Mensch erfolgreich wird. Wobei man das auch in Frage stellen könnte, da könnte man ja schon wieder den ganzen Podcast drüber machen, inwiefern das zwingend so ist. Oder ob man auch einfach sagen kann, jo, ich will einfach im Wald leben und erleuchten und meditieren. Dann bist du im Grunde auch erfolgreich, auch wenn du jetzt im klassischen materialistischen Verständnis der Gesellschaft nicht reich bist. Und es geht eben hier auch nicht, also insofern ist der Titel auch von dem ganzen Future Million SVG schon so ein bisschen plakativ. Und so das, genau, also es steckt mehr hinter diesem Etikett als nur, wir wollen jetzt reich werden und jetzt gebe ich ihm bis zur ersten Million, wie auch immer. Sondern es geht halt einfach mehr um das Tiefe dahinter, also die Verwirklichung von Erfolg. Der Gedanke dabei war halt so lustig und dann, wie nennen wir es? Ja, Future Millionaire, ist doch logisch. So, und dann haben wir halt gesagt, ja, du musst das durchziehen. Ja, ist auch ein gutes, einträgsames Wort. Gibt es bestimmt auch schon, aber... Gibt es auch schon. Es geht irgend so ein Kanal, Future Millionaire, auf TikTok, der hat irgendwie schon 100.000 Abonnenten. Aber wir werden den zeigen, wie es richtig geht. Wir haben noch nicht mal TikTok gekannt. Vielleicht erkennt sich ja auch, wenn die Kooperation immer weitergeht. Ja, genau. Nach 400 Metern links abbiegen auf Ringstraße. Ich finde Konkurrenzdenken, also wir werden denen es zeigen oder schlagen, finde ich geil, um das Ego zu nutzen, sich zu motivieren. Und nur das Problem ist, wenn man es dann geschafft hat, dann ist die Motivation weg. Deswegen bin ich ein großer Freund von einem langfristiger Motivation aus einem anderen Beweggrund wie Ellenbogen. Wollte ich nur an der Stelle anmerken. Ich bin mir sicher, du hast es auch nicht so gemeint. Genau. Aber es hat ziemlich guter Autos. Ist ein guter Punkt. Ja und... Genau. Jetzt würde man ja... Also ich denke mal, jetzt haben wir so genügend... Im Straßenverlauf von Ringstraße eine... Jetzt Ben weiß, wo es angeht, ja. Man sieht das ja, ich gucke ja einfach öfters runter. Mhm. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir schon so... Also den Step haben wir schon mal abgearbeitet. Jetzt haben wir schon mal zwei Leute hier auf Kamera. Ähm... Ja. Wie könnte man jetzt einen Podcast machen? Ich denke, das war schon ziemlich guter Input. Also Podcast selbst, beziehungsweise Videomaterial. Ja. Wahnsinn. Ja. 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 Ja, ja. Ja.